Ein fröhliches Hallo und ein sehr herzliches Willkommen hier im Sprachgut-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du reinhörst und schön, dass du dich inspirierst und interessierst für eine Kommunikation, die werteorientiert ist, die von Menschen für Menschen ist, die sicherlich die vielen Facetten der menschlichen Begegnungen durchleuchtet und einfach Tipps und Anregungen geben will, wie dir das gut gelingen kann und wie du selbst gut gestalten und Einfluss nehmen kannst. Ich bin Sandra, Sandra Manns, ich bin die Inhaberin der Sprachgut-Akademie und meine Leidenschaft ist, seit ich bewusst denken kann, die Kommunikation zwischen Menschen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von sterbenden Menschen und deren Angehörigen und bin durch diese sehr emotionale Welt gewandert und tue es im Grunde bis heute. Manchmal denke ich, wandle zwischen den Welten und damit meine ich die Lebenden und ich meine das, was im Alltag passiert, denn wir bei Sprachgut legen großen Wert auf Werteorientierung, auf Nachhaltigkeit und auf Praxisnähe. Mir ist es ganz wichtig, dass du das, was du hörst, für dich reflektieren kannst, auch ein Stück integrieren kannst und auch möglichst bald was ausprobieren kannst. Und es gibt für mich immer so vier Ebenen, die du dabei im Blick haben kannst. Das ist zum einen die Ebene des Hörens. Tatsächlich hat eine gute Kommunikation mega viel mit einem differenzierten und guten Hören, Hinhören, Reinhören, zwischen den Zeilen Hören zu tun. Aus meiner Sicht sprechen die allermeisten Menschen zu viel und hören zu wenig hin oder zu. Die zweite Ebene ist die Ebene deines Denkens. Das, was du viel denkst, wirst du sicherlich auch irgendwann sagen. Von daher lohnt es sich schon mal zu gucken oder zu reflektieren, was ist denn da so los in meinem Kopf? Was denke ich denn oft? Sind es mehr Sorgen oder habe ich auch Freude dabei? Eine gute Mischung finde ich immer gut von allem etwas. Die dritte Ebene ist die Ebene der Emotionen. Das ist die, die den meisten Menschen am schwierigsten fällt. Und hier geht es natürlich nicht um die Emotionen, die wir mögen. Also diese freundlichen, herzlichen, wertschätzenden, angenehmen Menschen und Gespräche, sondern da geht es allermeistens um die Emotionen, die wir Menschen halt nicht so sehr mögen. Weder bei uns selbst noch beim anderen. Und das sind so Sachen wie Neid und Arroganz und Machtmissbrauch. Das ist zu viel Opfergefühle. Das ist Traurigkeit. Das ist Zorn. Das ist Wut. Das ist Zynismus. Wenn jemand schnippisch wird oder dauernd beleidigt ist. Das sind so Dinge, die mögen wir nicht. Mögen wir auch bei uns selber nicht. Es passiert halt trotzdem. Und unsere Kommunikationstools mögen dafür dienen, diesen Emotionen ein bisschen differenzierter zu begegnen und auch mit wachem Geist und wachem Herzen, sodass du dich geschützt fühlst und dich auch schützen kannst und dennoch Menschen abholen kannst, die sich da in diesem Gefühlsschlamassel einfach ein bisschen verloren haben. Ja, und die vierte Ebene ist die Ebene der Sprache. Ich liebe es, Sprache zu sensibilisieren, also auf Worte zu achten, auch Wortschatz erweitern. Das ist eine meiner Leidenschaften. Ich mache das mit Begeisterung. Und das ist eine Ebene, die ist eben immer dann besonders interessant, wenn Stimmungen nicht so gut sind in deinem beruflichen Kontext, auch zu Hause natürlich. Aber sobald Spannungen entstehen, achten wir Menschen einfach mehr auf Worte. Und erst dann spielt das eine oft sehr große Rolle, denn dieses berühmte richtige Wort zur richtigen Zeit fällt den meisten Menschen nicht ein. Und deshalb ist es wichtig, viele Worte zu haben, viel zu üben, auch Spaß daran zu haben, damit auch im Stress, gerade in den Momenten, wo es drunter und drüber geht, und du genügend Zugriff hast auf deine Wortwahl und auf eine sensibilisierte Sprache. Ich möchte diese Folge tatsächlich dem Thema Team Spirit nochmal widmen. Es geht bei uns ja immer wieder um Teams, um Unternehmenskultur, Organisationskultur, Umgangsformen. Und Kommunikation ist ja ein riesiges, riesiges Feld. Und das Thema Team beschäftigt uns sehr häufig, oft täglich, weil die Teamarbeit, wenn die gut gelingt, einfach Gold wert ist. Und wenn sie nicht so gut gelingt, dann geht sehr, sehr viel Kraft, Zeit, Geld und auch Nerven verloren. Und deshalb möchte ich da nochmal genauer hingucken, denn in dieser Zeit der weltbewegenden Corona-Situation, das hat natürlich auch was mit Teams gemacht. Es gibt so die Teams, die durch diese Situation mit Corona sehr viel zu Hause arbeiten mussten, die von jetzt auf nachher quasi auseinandergewürfelt wurden und die haben sicherlich eine Struktur gefunden und haben viel digital dazugelernt. Die haben sich aber möglicherweise auch ein Stück verloren. Denn die persönlichen Begegnungen, die geben uns natürlich auch was. Das macht uns Menschen aus. Wir nehmen sehr, sehr viele Signale über persönliche Begegnungen auf. Sicherlich viel unbewusst, aber eben auch bewusst. Wir mögen das, wir genießen das. Und dann gibt es auch Teams, insbesondere die, die in Berufen des Gesundheitswesens arbeiten und engagiert sind. Die haben was anderes erfahren. Die hatten mehr Arbeit denn je. Die hatten einen unfassbar hohen Druck von außen und auch von innen. Sehr hohe Flexibilität war da gefordert. Diese Teams haben vielfach einen starken Zusammenhalt erlebt, weil sie sich in der Krise auf das Wesentliche konzentriert haben. Und in der Krise werden die Egos natürlich einfach zurückgedrängt. Man weiß, komm, wir halten jetzt zusammen und wir stehen auch zusammen. Und es ist auch ganz, ganz vielen Teams gelungen. Nur diese Teams sind jetzt auch ein Stück weit erschöpft und müde. Also wenn der Stresspegel so langsam abfällt, dann bleibt manchmal so eine Leere. Und ich möchte, egal in welchem Team du arbeitest oder auch welches Team du führst, wenn du ein Team Lead bist, dir Mut machen, beide Situationen, ob die Müdigkeit und die Erschöpfung und vielleicht auch ein Stück Hoffnungslosigkeit, die sich da breit macht und Resignation und auch die, die sich ein bisschen verloren haben, als Chance zu sehen und als Möglichkeit, neu mit einem Team durchzustarten. Teams, die sich sehr routiniert und ritualisiert bewegt haben, die, ja, die haben ihren Halt ein Stück weit vielleicht verloren. Und der Zusammenhalt in Teams ist eins der Hauptmerkmale einer guten und auch fließenden Kommunikation oder auch ein Ergebnis davon. Wenn du das Glück hast oder hattest, in einem Team zu arbeiten, in dem es sehr, 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 sehr gut und sehr eng zuging, also ihr habt euch die Bälle zugespielt, ihr habt euch gekannt, ihr müsstet nicht viel reden und sowas. Das ist ein Ergebnis von guten Beziehungen, von positiven Beziehungen, oft von jahrelanger Arbeit auch in Investitionen. Und da fließt die Kommunikation manchmal wie von selbst. Und in Teams, die sich ein Stück weit verloren haben, gibt es ein Kommunikationsdefizit. Es gibt vielleicht auch sowas wie Krüppchenbildung. Dann ist was blockiert, dann fließt das nicht. Und es ist mir ganz wichtig, dass Zusammenhalt eben sowohl fachlich als auch persönlich betrachtet werden kann, auch aus kommunikativer Sicht. Denn Akzeptanz und Wertschätzung sind Qualitäten, die in einer guten Teamkommunikation hörbar, spürbar und sichtbar sind. Man sieht es an den Gesichtern und an den Augen, ob Menschen gut und gerne zusammenarbeiten. Die ganze Körpersprache spricht die Qualität der vorherrschenden Rituale oder Stimmungsbilder wieder. Und Akzeptanz und Wertschätzung ist natürlich auch zu hören. Das kommt manchmal durch ein einfaches Danke oder Bitte, das ist ein Lächeln, das ist ein Nicken, das ist ein Gruß. Es ist die Alltagskommunikation. Und da bin ich jetzt noch nicht bei den kritischen, konfliktorientierten Begegnungen und Gesprächen, sondern das ist das tägliche Miteinander. Und das ist eine persönliche, eine auf der Beziehungsebene stattfindende Qualität oder da wird sie genähert. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass so ein Team Spirit, ein Team Geist nicht von alleine kommt oder bleibt. Jede Art von Beziehung fordert von allen Beteiligten auch immer ein Stück Invest, also Investition. So wie ich in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft, in einer Familie, da geht es ja sehr stark um Beziehungen, auch mal die Augen zudrücke, mal weghöre, mal was gut sein lasse, jemandem mal eine Freude mache, eine Überraschung kreiere, ja auch mal über meinen Schatten springe und all diese Dinge, das braucht es auch in Teams. Also Team Geister wollen tatsächlich auch gepflegt werden. Und neben den fachlichen Sachen, die da wichtig sind, ist eben die Beziehungsebene das Tragende. Je mehr Vertrauen ihr miteinander aufbaut, je mehr Vertrauen du als Führungskraft für dein Team immer wieder in Bewegung hast, immer wieder Impulse gibst, immer wieder anstößt und möglicherweise auch mal einforderst, umso besser ist dieses Netz mit doppeltem Boden, wenn es dann richtig zur Sache geht. Denn, das ist ganz was Wichtiges, eine gute Kommunikation in Teams ist sehr einfach, wenn ihr euch alle mögt und wenn ihr euch alle einig seid und wenn ihr euch sympathisch findet. Das ist nicht so schwer, das bekommt fast jedes Team hin. Die wirkliche Kraft, auch die Kommunikationskraft, die Kultur, das Vertrauen, die Treue zeigt sich erst dann, wenn es huckelig wird, wenn diese berühmten schwierigen Charaktere plötzlich auftauchen oder Kräfte messen oder in streng hierarchischen Organisationen, wo es darum geht, wer ist hier stärker, wer sitzt am längeren Hebel. Da ist Kommunikationskultur und Wertschätzung und Akzeptanz zwar gewünscht, aber wird oft nicht gelebt. Wenn euch das gelingt, auch im Ausdruck und in der Art, wie ihr miteinander umgeht, im Alltäglichen, ist das eine persönliche Ebene, die ihr nähert und die ihr pflegt. Ist aber ein professioneller Anspruch, wenn es im fachlichen, beruflichen Kontext stattfindet. Was bedeutet das? Ihr habt eure Fachkompetenzen, die ihr miteinander teilt oder zusammenlegt für ein größeres gemeinsames Ziel. Und diese persönliche Kommunikation, die menschliche, die zwischenmenschliche Ebene, ist das, was euch verbindet. Und nur dann könnt ihr auch fachliches wirklich anerkennen und leben und Stärken leben. Ihr geht nämlich fast automatisch, wenn ihr einen guten persönlichen Draht habt und eine gute Kommunikation, dann geht es fast wie von selbst, dass ihr in Stärken euch miteinander arbeitet. Also ihr wisst genau, die Moni, die kann das am besten, der Herr Weber kann das am besten, die Sabine liebt das am allermeisten und da vergisst sie die Zeit, da ist sie einfach toll, da ist sie bewundernswert, schnell oder konkret oder wie auch immer. Und wenn jeder im Team Stärken leben darf, dann braucht ihr keinen Neid. Und wenn ihr keinen Neid braucht, dann habt ihr wenig Konkurrenz in euren Teams. Und das ist so wichtig. Es ist wichtig für den persönlichen Selbstwert und es ist wichtig für euer Wachstum, für euer kreatives Miteinander, sodass ihr auch Erfolge feiern könnt miteinander, dem anderen seinen Erfolg gönnt und miteinander an eurem gemeinsamen Wachstum arbeitet. Weißt du, es ist wirklich so, dass die allermeisten Menschen motiviert sind, und zwar intrinsisch motiviert sind, etwas beizutragen. Aber nur dann, wenn es für sie Sinn macht und wenn sie einander vertrauen können. Und wenn sie wissen, egal was ich hier sage, auch wenn es mal ein bisschen daneben ist oder ich nicht recht haben sollte, dass mir das keiner nachträgt und das es mir keiner vorwirft und dass da keiner ist, der so ein Minuskonto hat und alle meine Macken und nicht so guten Dinge einfach auch sammelt, die übrigens jeder Mensch hat. Wir haben alle Stärken und wir haben alle Aspekte, Qualitäten, da sind wir nicht so gut drin. Also keiner von uns ist ein Übermensch. Keiner von uns ist fehlbar, nicht fehlbar. Also wir sind nicht unfehlbar. So, jetzt ist es richtig. Wir machen alle Fehler und das ist völlig in Ordnung. Nur wenn du den Fokus in deinem Team oder ihr miteinander, den Fokus auf die Stärken und auf die Kompetenzen und Qualitäten legst, dann sind die Fehler nicht unwichtig, aber sie spielen nicht so eine große Rolle. Wer kommunikationsstark ist im Team, ist meist auch ressourcenstark. Was meine ich damit? Sehr häufig wird gesagt, gute Gespräche dauern viel Zeit. Dem widerspreche ich vehement. Eine gute Kommunikation hat vor allem etwas mit Bewusstheit zu tun. Denn es kann sein, dass wir nur zwei Minuten haben, wir zwei, tun ich, aber diese zwei Minuten tun uns so gut, die sind so konkret, die sind so auf den Punkt oder so ermutigend oder klärend, dass alles andere danach wieder gut läuft. Es kann sein, dass wir eine halbe Stunde zusammensitzen und reden und da kommt gar nichts bei rum, außer dass wir uns noch mehr ärgern oder noch weniger verstehen. Also die Ressource, Zeit, Personal, Geld spielt natürlich eine Rolle, aber sie ist nicht die Voraussetzung. Denn die beste Voraussetzung und die beste Ressource, die du in kommunikationsstarken Teams findest, ist Wachheit, Anspruch, gemeinsame Werte und auch die Reflexion der Umgangsformen, wie ihr euch versteht und was euch wichtig ist und was ihr auch nach innen und nach außen ausstrahlen möchtet. Ich frage nochmal nach dem Sinn, warum solltet ihr jetzt als Team, auch nach Corona kann ich ja fast nicht sagen, ist es ja gar nicht, aber mit der Erfahrung dieser weltweiten Pandemie, die irgendwie auch jeden berührt oder auch getroffen hat, wie könnt ihr diese Erfahrung jetzt schöpfen, also nutzen für das, was jetzt ist und das, was für euch kommt und wie ihr es gestalten wollt. Der Sinn ist der, dass ihr mit einer werteorientierten Kommunikation einfach ein Stück gesünder seid, euer Wohlbefinden steigert sich und eure Einsatzbereitschaft, eure Leistungsbereitschaft, euch einzubringen, ein Teil vom Ganzen zu sein, wird enorm steigen. Ihr werdet versöhnlicher miteinander sein, was heute aus der positiven Psychologie ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor ist. Menschen, die einigermaßen versöhnt und befriedet mit sich und im Leben sind, die streiten nicht dauernd, die brauchen das nicht, sondern sie schauen eher danach, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und der weitere Sinn ist, dass es einfach mehr Spaß macht, dass ihr euren Ruf positiv steigert, dass ihr mehr Nachwuchs habt oder interessantere Leute sich bei euch bewerben, die schon mit so einem Spirit kommen. Das finde ich auch extrem wichtig. Ihr spart Zeit, ihr spart Geld und ihr spart vor allem Nerven. Also ihr schlaft besser und ihr geht auch wieder lieber zum Arbeiten oder in euren Beruf. Und ich finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ich wünsche dir und deinem Team oder deinen Kollegen und Kolleginnen unbedingt, dass dein Leben nicht nach deiner Arbeit beginnt, sondern dass diese Zeit eine wertvolle Zeit in all deinen Tagen deines Lebens ist, ganz gleich, wie viele Tage dir gehören oder wie lange du hier auf der Erde bist. Wer kann den guten Teamspirit aufbauen? Tja, und das ist jetzt eine kleine Krux. Alle. Und tatsächlich geht es auch nur mit allen. Es gibt zwar immer zwei, drei im Team, die sozusagen das Omega bieten, also die Gegenspieler. Das macht aber nichts. Es können auch sehr, sehr fruchtbare und sehr inspirierende, sehr positionierende Aspekte sein, die ihr da nutzen könnt. Aber mindestens zwei Drittel, eher mehr, sollten sich mit dem Thema, ey, wie verstehen wir uns hier Team Spirit, einen guten Workflow und sowas dafür interessieren und eine Mindestbereitschaft mitbringen. Wenn das so ist, dann habt ihr alle Chancen, einen guten Team Spirit wieder aufzubauen oder weiter zu verstärken, sodass ihr lange, lange, lange Freude daran habt. Und auch Freude miteinander habt in eurem Job. Aus meiner Sicht, meine Erfahrung ist, dass in der Kommunikation ein Tagestraining, wo mal jemand hingeht, relativ wenig bringt. Das reicht aus, wenn ihr einen richtig guten Level erreicht habt. Aber wenn ihr starten wollt, wenn ihr nochmal so richtig die Basis aufbauen wollt, dann empfehle ich euch erstmal was zu machen, was euch als ganzes Team abholt. Und das ist aus meiner Sicht heute gut machbar über digitale Wege. Es ist einfach kostengünstiger. Ihr bleibt ein Stück anonym. Ihr seid in der Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Aber dafür habt ihr auch alle Freiheiten. Und ihr könnt euch so ein gemeinsames Bild aufbauen, welche Werte eure Kommunikations- und Umgangsformen beinhalten sollten. Der zweite Schritt ist für mich, dass ihr aus euren Teams heraus Menschen findet oder die sich zeigen, die sagen, das Thema finde ich total toll, da will ich mehr machen. Und die trainieren sich weiter und die habt ihr dann als Impulsgeber im eigenen Team für eure kommunikativen Anforderungen. Das kann ja auch mit dem Kunden sein, mit Patienten, mit Schülern, mit Azubis, mit Neuen, wie auch immer. Da hättet ihr einen fachlichen Ansprechpartner innerhalb eures Teams, der euch immer wieder und immer wieder auf die Spur bringen kann, die ihr mal miteinander vereinbart habt. Ich liebe das, diese Guides, weil die Guides sind nicht weisungsbefugt, sondern sie sind kollegial beratender. Man kann sie nutzen als Feedbackgeber, als Impulsgeber. Und sie machen aber auch deutlich, dass euch ein bestimmtes Thema etwas wert ist. Und das ist die werteorientierte Kommunikation miteinander und nach außen auch. Ja, und wenn ihr da eine Kultur aufbauen wollt, dann ist natürlich gut, wenn ihr andere noch weiter inspiriert und euch natürlich auch vernetzt mit ganz vielen anderen Unternehmen vielleicht auch. Da haben wir viel, viel aufgebaut, jetzt auch durch diese, ja, durch die Zeit, die uns natürlich auch geschenkt wurde. Auch da ist vieles möglich über Podcasts, über Social Media, über Netzwerke, Netzwerke, über Online-Kurse, über alles Mögliche, was eben für uns digital leicht greifbar ist, aber wenig Zeit und vor allem auch wenig Kosten entstehen lässt. Ich glaube, dass dies eine sehr wertvolle Zeit ist, dass sie eine bewegende Zeit ist und dass es auch eine Zeit voller Chancen ist. Manche kleinen Tode im Leben sind wir, glaube ich, alle gestorben. Also da ist auch Traurigkeit da. Nur wenn du das überwinden kannst und wenn du sagst, okay, das kann ich nicht ändern, es ist, wie es ist, was kann ich daraus machen? Das ist das, was dir in der Kommunikation, in der Gestaltung, in der Schöpferkraft immer zur Verfügung steht. Und das wünsche ich dir sehr. Wenn dich das weiter interessiert, dann schreib gerne was in die Kommentare oder schreib uns auch direkt an über Social Media, über die Webseite oder über unseren E-Mail-Account. Ich freue mich immer, wenn ich mit Menschen durch die Podcasts in guten Kontakt komme. Und ich finde es auch ganz großartig, wenn ich Themeninspiration bekomme von außen. Für die Basissensibilisierung haben wir gerade einen tollen Online-Kurs am Start, den wir Ende September jetzt nochmal starten. Wenn dich das interessiert, hör gerne rein, hol dir einen Demokurs, fühl dich da völlig frei. Aber das ist ein ganz prima Kurs dafür, dein ganzes Team zu sensibilisieren. Ich wünsche dir eine weiterhin gesunde Zeit. Ich wünsche dir einen Herbst, in dem du offen bleibst im Geist und warm im Herzen. Und vor allem an dich immer wieder daran erinnerst, wie wertvoll ein Tag ist und wie wertvoll ein Leben ist und dass das Leben ein Geschenk ist. Und ein Leben, das geprägt ist von einer werteorientierten Kommunikation, stärkt einfach unsere positiven Beziehungen. Und zwar nach außen und auch nach innen zu uns selbst. Das ist das, was ich dir wünsche und ich freue mich, wenn ich dich inspiriert habe mit diesem Podcast, mit dieser Folge. Alles Gute, bis ganz bald, deine Sandra.